Halbfinale im Tischtennis Doppel bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2013 in Karlsruhe. Mike Rode kurz der Aufschlagung von der Schreiner BWI. Die Brüder Team aus Riedelhausen. Liao und Dampen. Die Brüder Team aus Riedelhausen. Liao und Doppel. 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 Lio und Doppel. Lian. Liao und Doppel. Das war seine 2.0. Applaus Applaus Oh, come on So leichter Applaus 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 Vielen Dank. Applaus 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 Applaus